Willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 und damit willkommen zum Spiel zwischen Kroatien und Kanada. Heute aus Gruppe F. Ich bin der Dennis vom Kanal 11615, der Kommentator dieser Begegnung. Und mal gucken, welches dieser beiden Teams hier und heute siegreich von Dannen ziehen wird. Durch den Erfolg der Belgier ist natürlich hier einiges offen. Wenn Kanada dieses Spiel verlieren sollte, ist es das direkte Aus. Aber als erstes gibt es die Nationalhymne bei der Teams. Als erstes die von Kroatien. Anschließend gibt es die Nationalhymne von Kanada. Und damit kann es losgehen. Oder besser gesagt, damit können wir uns als erstes die beiden Mannschaften uns anschauen. Und dann die Kroaten heute mit einem 4-1-4-1-System. Ja, im letzten Spiel gegen Marokko den Lucky Punch geschafft. Und natürlich ist die große Frage, werden sie heute das Spiel früher entscheiden? Oder wird das eine knappe Geschichte gegen das kanadische Team? Kroatien im letzten Spiel siegreich gewesen gegen Marokko. Die aber heute vorhin verloren haben. Das heißt also, falls Kroatien hier und heute jetzt gewinnen sollte, bedeutet das, dass Kroatien und Belgien beide 6 Punkte haben. Und damit dann beide auf jeden Fall schon in der nächsten Runde sind. Und aber die Frage, die lautet, wer dann Gruppenerster wird. Also, Kanada ist heute gefordert. Ein Sieg ist so gut wie Pflicht. Heute die Aufstellung der Kanadier. Sie spielen heute mit einem 4-2-3-1-System. Also, hier stellt sich dann auch die Frage, wird es denn offensiv besser laufen als gegen das belgische Team? Oder eben nicht? Und damit kann es losgehen. Kroatien in den weißen Trikots gegen Kanada in Rot. Und ja, die Vorzeichen stehen auf Sieg. Egal auf welcher Seite. Damit die Chancen weiterhin gewarnt bleiben. Und dann macht er hier ein großes Solo. Und die Chance zum 1-0. Was war das denn bitte? Solo-Lauf bei Exzellens. Und dann gibt es hier die Riesenmöglichkeit, hier für Kroatien ins Front zu gehen. Von Palas... Pasalac... Entschuldigung. Ecke kommt... Davis erstmal geklärt. Kovacic... Und der Konter eingeleitet über David. Jonathan... David... Und... Der Ball kann geklärt werden. Trotzdem weiterhin kann er da nach vorne... Oh, oh, oh... mit der Möglichkeit... Zur 1-0. Der Keeper bleibt da, aber gut. Kann den abwehren. Und damit den Eckball... für das kanadische Team... provozieren. Ecke für Kanada. Ball geht in Richtung Mitte... und... Osorio... Osorio mit dem... Kopfball. Also Kanada weiterhin im Angriff. Weiterhin natürlich... ein kontrolliertes Spiel nach vorne... zu gestalten. Davis auf... hat Schinsten... Aber hier der Torwart auch zur Stelle. Auch hier... kann er... die Situation entschärfen. Und auch hier ist natürlich die Frage... Gibt es jetzt den direkten Konter? Über... Kramaric... Und... der Ball läuft nach vorne... Peri setzt Doppelpaßspiel mit... Kovacic... Aber dieses Doppelpaßspiel... passt nicht. Uranian... und... David... Zecke... Eckball-Situation... Torwart war... glaube ich... da zwar... immer noch auf Position... Leverkovic... der Keeper... von... Kroatien... Ecke... für... das... Kanadische Team... die versuchen jetzt natürlich hier... die kurze Variante... dieses... Schusses... auszunutzen... wieder... also... Kurzpaßspiel... Osorio... geht am Mann vorbei... Osorio... Ball aber lieber nach hinten... und die Chance... und da trifft er die Latte... Riesenchance... zum Führungstreffer... aber das kanadische Team scheitert am Aluminium... trotzdem weiterhin mutiger Angriff von Kanada... über Jonathan David... und der Ball... ist auch kein Problem hier... für... den Schlussmann hier... Kovacic... nächster Ball... als Konter eingeleitet... wieder Perisic... und Kramaric... Brozovic... Kamaric... Modric... und es funktioniert nicht... also bislang beide Teams... scheitern eher an sich... oder an den Abschlüssen... Davis... Davis... mit der Möglichkeit... hat da sehr viele Verteidiger auf sich gerissen... und Osorio... wieder... wieder mit der nächsten Chance... Bislang... scheitert er hier... ähm... Liwarovic... Liwakovic... Entschuldigung... Liwakovic... am Torhüter... und es gibt den nächsten Eckball... wieder Ecke Kanada... dieses Mal keinen Spieler mit rangeholt... Lovren klärt den Ball... Kovac jetzt... auch... aber... mit dem falschen Körperteil... es gibt Freistoß... Freistoß... halbe Stunde... ist... bereits rum... Kroatien... hat sehr viel hier... mit der Abwehr zu tun... hat hier... sehr viel... hat der Torhüter... sehr viel hier zu tun... also... ein... eine Chance zum 1 zu 0... haben die Kanadier... er... Freistoß... kommt... und... Liwakovic... wieder... richtige Ecke... und... wieder... macht er den Eckball... für Kanada... der bereit damit... er hält hier alles... was er zu halten hat... bislang... bleibt damit... die 0 hinten stehen... klar... der Druck ist natürlich da... man weiß... wenn man hier gewinnt... ist man im Achtelfinale... Kennedy... wird hier... oh... wird hier bös gestoppt... Handspiel... ja... aber... im Fallen... das sieht der Schiedsrichter... die Schiedsrichterin hier ähnlich... im Fallen... da wird hier nicht auf Handspiel entschieden... Davis... nächste Chance... Kanada... wieder... ab nach vorne... Brozovic... bleibt da hinten stehen... und sie müssen das hier... anscheinend die Kroaten... über einen Konter gestalten... sonst kommen sie nicht nach vorne... Perisic... nächste Chance... oder besser gesagt... erste... nennenswerte Chance... nach dem Überraschungs... Solo-Lauf... und die bleibt auch vertan... David... Ball... mit der Hacke... rüber gespielt... aber auch da... ist der Ballabnehmer... einfach an der falschen Stelle... ja... Palazic... mit einem... kunstartistischen... Pass... wenn man das so bezeichnen kann... und wieder geht's... in Richtung... Tor von Kroatien... und wieder wird... erst sehr spät angegriffen... David... Monatan... David... auch hier wieder... das ist... sehr viel... was hier... Kroatien hinten... arbeiten muss... aber... Kanada... wie schon gegen Belgien... das funktioniert einfach nicht... und kommt einfach... nicht... das Tollen... Nachspielzeit... zwei Minuten... viel Zeit ist es nicht mehr... David... und... Sosa zwar mit dem Fuß dazwischen... aber... es ist abseits... wir gucken uns das an... wann... hier gezählt worden ist... egal wann das gezählt worden ist... er ist klar am Abseits... es ist... es ist eine klare Geschichte... es ist eine klare Geschichte... abseits... und dann wird er hier nochmal den Freistoß ausführen... und dann wird das gewesen sein... zum ersten Durchgang... 0-0... Kanada scheitert am Torwart von Kroatien... Kroatien... eine Liwarkovic... eine Liwarkovic... so... und Kramaric... hat bislang das einfach noch nicht hingekriegt... äh... vorne... Entschuldigung... der hat das vorne einfach noch nicht hingekriegt... ein Tor zu erzielen... Gucken wir mal was Durchgang 2 denn bringt... eine weiterhin einseitige Partie von Kanada... oder... vielleicht die Wende von Kroatien... Durchgang 2... herzlich willkommen zum Spiel zwischen Kroatien... in die weißen Trikots gegen Kanada in Rot... ja... Kanada... eigentlich das Team was hier... immer wieder... nach vorne spielt... immer wieder Chancen kreiert... aber eben... daraus nichts macht... und... deswegen... oder besser gesagt... der Torhüter... das bislang alles hier abhalten kann... Kroatien selbst... kaum eine Chance nach vorne... aber... arbeiten halt hinten immer schön fleißig mit... und... so steht es eben noch... 0 zu 0... ein 0 zu 0... was natürlich... einige Räume natürlich auch noch lässt... klar... also... auch von der Konstellation her... Kroatien dann mit diesem 0 zu 0... mit 4 Punkten... Kanada hat einen... für die Belgier... spielt das natürlich... extrem in die Karten... denn... die wären mit diesem Ergebnis... bereits... auf jeden Fall weiter... nur... bei einem... kanadischen Sieg... wären sie es nicht... Hutchinson... auch da... Solo-Lauf... niemand greift ihn an... das Foul wird hier... als dessen nicht... betitelt... nächstes Aufbauspiel... von Kroatien... also... wieder geht's... in die Richtung des... dieses Mal... wieder geht's... in Richtung des... kanadischen Tor... Kramaric... Stüppmaas... will natürlich auch... den Frust ein bisschen... ablassen... aber... da ist... Borjan... einer Seite da... einerseits da... schon zur Stelle... der steht da... schon relativ... sicher... und andersrum... war der Ball... zwar sehr wuchtig... aber eben... ungenau... Bislang in dieser... Weltmeisterschaft... das darf man auch so sagen... haben wir bislang... in jedem Spiel... ein Tor gesehen... vielleicht wird das hier... jetzt heute anders... vielleicht haben wir heute... das erste 0 zu 0... auch nicht häufig der Fall... dass wir... noch keine Nullnummern hatten... aber vielleicht... wird sich jetzt... ein Team... was dagegen... haben... Stunde gespielt... Modric... und Kramaric... versucht den Ball... mit der Hacke zu spielen... Kennedy bleibt da... einfach souverän stehen... den Ball... also... dementsprechend... in die Füße... gefallen... Chance... für... Kanada... aber in der Hinsicht... kommt da nicht an... Zursa vorbei... der Linksverteidiger... der Koaten... Modric... und... Kovacic... Richtung... Flügel... Perisic... Perisic... starker Ball... in Richtung... Mitte... Kennedy... aber auch... mit dem souveränen... Kopfball... trotzdem... Kroatien weiterhin... in der Hälfte... der Kanadier... weiterhin... am Konstruieren... für den Führungstreffer... Kovacic... Entschuldigung... das ist... Brzovic... hier ist Perisic... der natürlich erstmal schaut... und sich da... enorm Zeit lässt... wird auch hier... nicht unter Druck geraten... Brzovic... und... da ist... Modric... der Kapitän... mit der nächsten... Möglichkeit... also... Spiel... scheint zu kippen... nach einem... Offensivlauf... der Kanadier... im ersten Durchgang... gibt es diesen... im zweiten... von Kroatien... bisher schon... Wechsel... werden wahrscheinlich... gleich auch getätigt... 70. Minute... Nein... der Wechsel... soll noch nicht... kommen... es gibt erstmal... den Eckball... Ecke... Modric... Kopfball... wird geklärt... zweiter Ball... wird auch geklärt... sodass Modric... wieder den Ball hat... Modric... Ah... und... Die Fans... natürlich begeistert... Sie wissen aber auch... die kanadischen Fans... wissen aber auch... im ersten Durchgang... hatten sie... diverse Chancen... hier in Führung zu gehen... und es gibt Eckball... Ecke... für... Kroatien... Ecke... dieses Mal kurz getreten... Kramaric... Kramaric... unbedrängt... aber auch... zu ungenau... aber auch... zu ungenau... weiterhin... 0 zu 0... ein Freund und Freund... vorbei... da wollte er vielleicht... eventuell so ein bisschen... Martinsen... Arm erwischen... und darf nicht vergessen... wir haben schon heute... wir haben heute... und auch in den letzten Tagen... immer wieder... elf Meter gehabt... wegen Handspiel... die oft dann auch... getroffen haben... die auch oft dann... dementsprechend so... ein Schlüsselmoment waren... in so einer Partie... nächste Möglichkeit... Kroatien... über Perisic... den Ball hat er sich da... extrem unglücklich... und so... ist... eine Einleitung... eines Konters... für Kanada... die erste Möglichkeit... des zweiten Durchgangs... für... die Gäste... über Davis... Hutchinson... hat den Ball erobert... Hutchinson... auch gegen den anderen... Altstar... nämlich... gegen Lovren... nicht der Sieger... 10 Minuten noch... 10 Minuten... und beide Teams... versuchen hier... das 0 zu 0... zu vermeiden... Nächste Chance... auch da... wieder... die Abwehr... zum richtigen Zeitpunkt... am richtigen Ort... Kramaric... Ball geht... quer... rüber... auf die andere Seite... könnte... eventuell... vielleicht... Rocco... in der letzten Minute... der Siegtreffer gelingen... es gibt... Abstoß... es gibt... Wechsel... Wechsel... bei Kroatien... die Nummer 19 geht... dafür kommt die 21... und bei Kanada... gibt's den Wechsel... die Nummer 23 geht... dafür kommt die 8... also... eine Nullnummer... wäre natürlich... interessant... die Nummer 5... die Nummer 8... die Nummer 5... eine Nullnummer... wäre natürlich... für beide... ein bisschen wenig... andersrum... macht's natürlich... den... letzten Spieltag... vielleicht... auch für Kanada... nochmal interessant... denn... wie erwähnt... Belgien spielt im direkten Duell... gegen Kroatien... heißt also... da ist natürlich... einiges drin... David... ne... Kovacic... da hinten bleibt... cool... Kontermöglichkeit... jetzt sind wir... so in der Zeit... wo Kroatien... vielleicht hier... nochmal... die Führung... erzielen kann... beziehungsweise... vielleicht sogar... das Gegentor kriegen könnte... zwei Minuten... Nachspielzeit... letzte Möglichkeit... für das... kanadische Team... aber diese... spielen den Ball... sich so hin und her... sodass die Kroaten... hier nicht mehr... am Ball kommen... und dann... wird's das wohl... gewesen sein... Fragezeichen... Nachspielzeit ist... bereits rum... Chance für Kanada... die aber... verpufft... und dann... war's das... hier gibt's heute... keine Tore... für Kanada zu wenig... im ersten Durchgang... für Kroatien... zu wenig... im zweiten Durchgang... aber ich glaube... die Kanadier... beschweren sich mehr... über dieses 0-0... so viele Chancen... die sie hatten... am Ende... keine Tore... 0-0... Danke für's Beisein... bis dann... bis dahin... im